ARD Text im Auftrag des ZDF So, willkommen zurück Irgendwo habe ich jetzt was markiert da unten Ok, dann springe ich mit mir Hihau Endlo Naja Weck, weck Weck, weck Weck, weck 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 Die Rache der Vorfahren Lösung der Verstehung der Rätsel der nummerierten Leichen Machen wir doch Die Lösche vom Portal Mh 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 Ich bin verzweifelt Wer könnte so etwas getan haben Er hatte keinen einzigen Feind Ich weiß nur, dass er sich sehr über einen Artikel in der Zeitung erregt hat Mh 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 Ja, hätten wir auch schonmal was Mh 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 Light von Mh 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 στε Mh 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 Etage her Eine Salmung mit altertischen Folterinstrumenten in einen Schaukasten So, 6 von 8 Eine Salmung müssen wir eigentlich auf... Achso, das hatten wir auch schon Jetzt noch eins Ne, zwei Boah, das lässt sich jetzt hier nicht alles Boah, warte es auch, dass viele Vermühen haben ihre... Nachdem gönnet auf diesem Wege sich in die Animität zurück Und dann kamen der Opfer und deren Nachfahren Aha Dann Na, ich geh erstmal wieder runter Oh, kann das nur sie sein, oder? Oh, Monsieur Ich bin verzweifelt Wer könnte so etwas getan haben? Er hatte keinen einzigen Feind Ich weiß nur, dass er sich sehr über einen Artikel in der Zeitung erregt hat Oh, wie nochmal Ich finde meinen Mann tot und ihr beschuldigt mich? Wie grausam ihr doch seid Hm Hätt ja sein können Ach, besuchte Schaufwitze 1 von 4 Hm Und die Glocken läuten Gehst du bitte runter hier Boah, ey Ich hab gar nichts, ey Ehertlos Ich hab gar nichts, ey Aber das ist irgendwie... Die ist noch nicht Ihr, in der 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 Gäste Ja, das ist mir nur hoch. Ja, das ist mir gut. Ja, das ist mir gut. So, wo ist der nächste Schauhaus? Ach so, jetzt sieht man So, Moment Was sind wir denn gerade? Ah, irgendwie hat er hier so ein Kletterproblem heute hier Schauplätze 12-17 Ein Barbar des Tansantien Ja, Herr, für welche Quantität? Nein, das ist der Preis nicht negativ Ja, bestimmt wieder oben, was? 0 von 4 Dann ist das schwer Ein Weibsbild wollte mich töten Mich! Ich konnte sie verwunden, doch sie lief davon Sie griff nach einem Dolch, einem Erbstück Ich konnte ihn abwenden und verletzte sie Das ist ihr Blut hier Sie flog dort entlang Man sieht doch das Blut Das ist ja ein Käfig iPhone 4 Ja Wart übersehen Hier Ist schon hier in der Ecke Aber Ja Ah, kann das auch mal anbleiben Ah, da unten ist die Hand, okay Ja Wo könnte man noch hin gehen? hier ja schon wo uns die Blutspur hinführt da nicht lang du spür dich Mörder. Was soll die denn zu Töten führen? Ja, mal gut schauen. Tür entregelt. Die rühmen sich der Taten ihrer Ahnen. Elende Folterknechte. Doof, wir haben unseren Wörter rufen. Elende Folterknechte. Ihre Vorfahren töteten viele aus dem Templer-Orden. Sie verdienten einen grausamen Tod. Hier sein. Ich habe nur ein altes Unrecht korrigiert. Tja, jetzt bist du im Bau. Pech. So. Man sieht wohl nur ein paar Pollen hier. Jeder Trottel hätte diesen Fall lösen können, sage ich. Dennoch, wählt eine Waffe, wenn ihr wollt. Kugelnöbel. Hm? Die Rache der Vorfahren. Abgesucht. Roterei. Bis dann. Roterei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018